Hallo und herzlich willkommen zurück zu WilliMorgen. Ja, in der letzten Folge haben wir die Macht gespürt und den Glückskeks bekommen. Und jetzt müssen wir mal schauen, was wir eigentlich noch machen können. Achso, ich würde sagen, wir gucken mal mit der Karte. Wir müssen ja eigentlich noch die Blume finden. Wobei ich nicht weiß, wie wir das hinkriegen. Achso, Musikinstrumente, genau. Da müssen wir ja auch noch reingehen. Ich denke mal, dass diese Blume irgendwo hier so am Wegesrand stehen wird. Schon wieder so ein Regen, ne? Hm. Okay, wir gehen auf jeden Fall jetzt erstmal ins Geschäft. Mal schauen, was der uns aus diesen Nippie-Laden hier sagen kann. Oh je, der sieht auch genauso aus, wie der Laden von außen aussieht. Ja, aber, ne? Was ist denn damit? Okay, was will ich mit einer Stimmgabel? Ja, das haben wir schon. Hier können wir... Ah, wir können auch... Okay, sonst haben wir hier nichts übersehen. Dann reden wir erstmal kurz mit ihm. Hm? No. Hallo. Hallo, dude. Peace be with you. May I help you somehow? I like the selection of instruments in this shop. Thanks, dude. It took years to stock up so much choice. To test every single instrument to make it harmoniously perfect. As in an orchestra where everything must be perfect? No, dude. No. I'm talking about Harmony, with a capital H. Each instrument has a sound that connects your inner self with the motion of the universe, making you a part of the whole. And did you find the formula for this harmony? Dude, for more than 50 years, I've experienced things that link me with the harmony of the universe. But the path is still long, and there's still a lot to try. That's not hard to believe. I'd be curious to know what kind of experiments you conducted. Better not ask certain things, dude. In this case, I agree. Uh... Warum? Is smoking allowed in this shop? Dude, who do you take me for? I could never go against the law and cause harm. It looks like you're smoking. No, dude. This is the new frontier. Electronic cigarettes. I see. Aromatized flavor? Uh, yeah, you could say that. An aroma that expands your mind to connect you with the whole. I'm content. I don't want to investigate further. So, so. Goodbye. Goodbye. I wish you peace and love. Mal schauen. Okay, der lässt uns einfach durchgehen. Hey, there are other musical instruments here too. But these seem to be more ancient. Hmm, it looks like a mechanical piano. I can't play it. To make it work, a musical role would be necessary. I never saw one so old though. There's an engraving. Walter Fly, 1712. Okay. I'd rather not. I already have a lot of things in my bag. Ja. Dann kannst du ja noch ein paar mehr reintun. Usually there's a metallic stick to make it play. But I can't see that here. I need something else to make it vibrate. Hmm, haben wir irgendwas? Ach so. It should work. Nur, dass uns das... Ah! What was that? There's a hideout in the wall. The opening mechanism seems to have activated with the sound of the instrument. The opening is too narrow. I can't even see what's inside. Das heißt, kann man da nochmal draufhauen? Moment, ich guck mal eben. To play it, I first need to find the hair and repair the bow. I can't play this way. It's a bow, but it's so old that the hair is worn out. I'll take it with me. If I can find a way to replace the hair, I can use the cello. Hmm, jetzt sagt mir bloß, ich muss alle Musikinstrumente einmal spielen. Ah, das ist nicht euer Ernst. Wie soll ich das denn machen? Ich probiere trotzdem nochmal, ob man das nochmal machen kann. Ja, ja, das dachte ich mir schon. Man kann es nicht nochmal machen. Ah, Streichwurzschachtel. Wie repariert man einen Bogen? Also sprich, die Seiten bräuchte ich dann. Und ich bräuchte hier dieses, ich weiß nicht mal, wie es hieß, was ich da einsetzen muss. Eieiei. Kann er mir da noch irgendwas zu sagen vielleicht? Was? Wie kommt die Instruments in die Back Room? Wird nicht auf display. Für die Harmonie of Things, dude. Those Instruments must be in that room. If I move them, I'd change the order of the things, and it wouldn't be good at all. Really? Actually, no. They can't be sold. One of my great-great-grandfathers put a clause on that action. The Flies can sell all Instruments, except for those that belong to our Progenitor. I think it's a sign of respect for the legacy he left us. If I sell them, I'd be going against the will of my ancestors, and I'd ruin the Harmony. Dude, Harmony is important. I have no doubt. Okay. Have you ever heard of Walter Fly? I'm thinking, dude. I think he's a singer from the 60s? No, wait. Dude, Inspiration? It's just about to come. It's been a while since I heard that name. Walter Fly was a distant relative of mine. My third or fourth something or other. If I recall correctly, in the back room is a mechanical piano that belonged to him. Dude, he was like a musical genius. A sort of Beethoven of his age. Just that he didn't play in big theaters. Only on transport vessels, or so I recall. Plus, he was very good at mechanics. Dude, he knew how to put things in harmony. What do you mean? The harmony between music and mechanics. Everything revolves around harmony, dude. In the back room, there are still instruments at the time Walter Fly came here to Bonetown. I understand. It seems something is missing from the piano in the back room. Dude, you have sharp eyes. That is one of the first mechanical pianos. It works with a specific roll that makes the melody start. Can you tell me where I can find a role? Eh, impossible. I know there was only one for that model, but it was lost long before I was even born. My father told me that his grandfather loaned it to someone. For what reason? I don't know. And then, it was never given back. I have no idea where it might have ended up. Thanks anyway. Boah, okay. Aber gut, er hat es an jemanden verliehen. Das heißt, es ist auf jeden Fall sollte es so sein, dass wir das irgendwo bekommen können. Ist hier noch irgendwas zum... Oh ja, Kieselstein. Äh, sagen wir mal nichts zu. Ähm, wir können da rein und da hoch, wenn ich das richtig sehe. Dann gehen wir erstmal... Ist das ein Friedhof? Es ist ein Friedhof. Natürlich. Eine Gruft. Blumen. Oh. Oh, okay. Ja, ja, ja. Lass mich doch das Ding öffnen. Sehr schön. Hast du gut gemacht. Okay. Nee, aber lesen darfst du. Naja gut, was ist mit der Kuh da hinten? Komme ich da irgendwie hin? Anscheinend nicht. Kann man hier irgendwie weiter nach links gehen? Auch nicht. Man kann nur durch die Kruft durch. Das ist wirklich cool. Okay. Okay, das ist alles nur das Sack. Naja, kommt drauf an. Was drin ist, ne? So, hier kann ich anscheinend Müll... Ich habe immer noch mein Inventar offen. Sonst kann ich hier nichts machen. Das ist ja doof. Okay. Was ist jetzt mit der Kuh? Ich will wissen, was mit der Kuh ist. Mann. Aber gut, wir haben zumindest schon mal die Blumen. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir könnten theoretisch wieder zurück zur Apotheke-Pub. Hier war es drin. Nee, Quatsch. Ach, wieso gehe ich immer erst zu denen? Ja, aber er hat doch gesagt, dass er wieder zurück sein wird, meine ich, bevor ich da sein werde. Das ist jetzt ein bisschen komisch. Na gut. Na gut, ich weiß jetzt nicht, wo dieses Haus ist. Gehen wir mal zum Frito wieder zurück. Und dann gucken wir einfach erst mal hier oben. Oha, wo bin ich denn hier gelandet? Okay. Ja, durchschauen. Okay. Da gehen wir gleich rein. Das ist der Schmied. Ja, jetzt steht es auch da drin. Ähm. Ich sehe, du bist sehr perceptive. Let's say, es ist ein von meinen Numerous Gifts. In addition to... Ich will stop you right there. Ich habe schon gesagt, du bist sehr perceptive. Und du hast, dass ich sehr busy bin. Was das das sagt? Das sagt, wir sind Freunde? In einem bestimmten Sinne. So, ich brauche ein favorer von einem Freund. Ich kann es bitte mit mir, als wenig wie möglich. At least, bis ich bin fertig mit diesem Job. Ist es ein langes Job? Du hast keine Ahnung. Okay, okay, also der sagt immer das Gleiche. Gehen wir mal hier rein. Steht auch einer? Oh, Polaroid. Ich gehe in eine Kirche und klaue als erstes mal die Polaroid-Kamera, die hier steht. Kein Thema. Beziehungsweise Kapelle oder was weiß ich. Ach, er könnte... Oh. Good morning, Father. Good morning, Son. I was admiring the beauty of this church. You're right. It's a real piece of art. It dates back a few centuries and is all thanks to an ancestor of mine. After he traveled across the ocean, he settled here in Bontown. Seeing the condition of the village, he wanted to build a place of comfort for wayward souls at all costs. What was the name of your ancestor? Edward Drake, the first minister of the Bontown community, upstanding guide of Bontown's people, unblemished pastor of the community. Yes, Father. I think I understand. This calling has been handed down from one generation to another, right up to today. Can you tell me anything more about Edward Drake? My ancestor? First minister of the Bontown community, upstanding guide of the Bontown's people, unblemished pastor. Unblemished pastor of the community. Yes, that one. Before coming here to Bontown, it is said he was a skilled glassmaker. All the stained glass windows of the church are his handiwork, created by his powerful hand, fused with the sacred fire of faith, designed with the ecstasy of supreme adoration. Yes, really beautiful. Yes, son. Every time I look at them, the fervor of the drakes ignites within me once again. How are things going for the church of Bontown? Under my guidance, there's nothing to fear. Unfortunately, my flock has been reduced in number, but not in the strength of its faith. There are just a few troublemakers. A few kids, who still don't have the patience to listen to my small two-hour sermons, but nothing more. How come Bontown is in this condition? Progress. Bontown remained a pure city, like when my ancestor arrived and never adapted to progress, and the latest events surely didn't help. What events? There are weird stories going around. Some of the faithful said they've seen people, not locals, digging around the city. We warned the mayor, who went personally to the places in question, but he found them already abandoned. Rumors say these excavations caused a hydrogeological instability that's depleting Bontown's water supply. Fortunately, the halls were filled in again, to prevent any damage to our flourishing city tourism. Um... Are we talking about another city, perhaps? Son, just the mere chance to visit our holy church should be good reason to come to Bontown. Our little St. Peter. Maybe you're exaggerating a little. Plus, we have a lot of other pleasant attractions. Here in Bontown, we don't lack anything. Library, museum, amusement park, one of the most famous inns of the area. I wish I knew that earlier. I'm staying at the Dead Man Inn. That one. Precisely. Everybody envies us for it. Who exactly envies the Dead Man Inn? Come again, son? Nothing, father. I was just reflecting on my luck. Uh... What's the reason, in your opinion, for these illegal excavations? Rumors say that under Bontown, there are veins of precious materials. And that the excavations were tests conducted by companies without city approval. The mayor would never let the city be disfigured. What materials might be in Bontown's subsoil? Some fantasize about gold and veins. Others say it's copper or tin. I think there is nothing at all. Or they would have surely realized it when they built the city. There's been no findings of any precious materials, either today or in the past. In doubt, the mayor may put some signs around that forbid excavations in all areas adjoining the town. Okay. Goodbye. Goodbye, son. Schade, ich dachte, dass er eventuell... Aber hier kann man nichts machen. Dass er eventuell diese Rolle hat, die wir brauchen für das Klavier. Naja, das ist jetzt wieder das gleiche. Okay. Aber wir haben eine Polaroid-Kamera. Das heißt, wir könnten theoretisch jetzt zu dem Waffenladen rübergehen. Äh... Waffenladen. Der ist hier. Und davon mal ein Foto machen. Oder auch mehrere. Ich hab die doch gerade erst bekommen, Mann. Achso, ähm... War das jetzt hier direkt? Nee, das war die Schmiede, oder? Die hier war... Äh... Wir müssen zum Pub. Genau. So, dann bin ich jetzt mal gespannt, ob das diesmal funktioniert. Ja, das Problem ist nur... Ist die auch entsprechend schwer. Das wissen wir natürlich jetzt nicht. So, nee, Moment. Da ist die Schmiede. Das heißt, der Waffenladen war hier um die Ecke. Bin ich jetzt mal gespannt, ob das jetzt so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Kann ich das direkt machen? Das ist jetzt nicht euer Ernst. Waffenkatapult. Ja, ich könnte was in... Okay. Jetzt kommt Indiana Jones. Oder Indiana Willi. Wir haben einen Teil gefunden. Ernsthaft jetzt? Okay, Moment. Jetzt muss ich aber wirklich mal gucken. Äh... Nee, nicht Karte. Unvollständige Karte. Ja, zwei Teile. Zwei Teile von wahnsinnig vielen Teilen. Das ist nicht euer Ernst. Okay, ähm... Warum haben wir die Kieselsteine eigentlich immer noch da drin? Bogen ohne Seiten haben wir auch immer noch. Dann schauen wir mal eben nach. Äh... Beim Zirkus darf ich gar nicht direkt hin, weil wir noch nicht da drin waren wahrscheinlich. Äh... Nee, Moment. Das war hier die Seitenstraße, ne? Genau. Hier links hatten wir alles, was wir konnten. Straßenschilder. Hm. Sonst haben wir nichts mehr hier, ne? Ja, dann gehen wir einfach rein. Okay. Da, ne? Habe ich auch gerade gesehen. Wir hätten eine Zange. Ja. Yes. Yes, 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 yes. I can't force it. It still looks very sturdy. Difficult task without even the original hammer. Ah, Moment. Ich weiß es nicht. Ah! Oh! Da ein deals. Ah! Let's see what this is about. Small Teddy, Property of Rock LaFit. Rock LaFit? Could he be the same man from my father's letter? It would seem he was a pirate with a soft heart. It'd be better to check this plush more carefully. Just as I thought. There's something hidden inside. The very smart Mr. LaFit hid his piece of the map the only place no one would ever look for it. Better add his part of the map to the other pieces. I don't need this plush anymore. I hope Mr. LaFit won't be offended. Okay, perfekt. Also, der zeigt mir das. Okay, sonst brauchen wir hier nichts mehr. Achso, warum gehe ich denn eigentlich? Moment. Dann gehen wir zum Musikraum hier. Und tun das schon mal hier rein. Okay, aber wir müssen jetzt immer noch die Seiten reparieren. Boah, ich hab echt so gar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Schaltplatten und so. Das hatten wir ja alles schon mal angeguckt. Wir könnten... Äh, nee. So rum. Ähm, wir könnten noch mal versuchen, hier reinzukommen. Sieht aber nicht gut aus. Ich denke mal, sonst wäre die Tür offen. Ja. Ja. Ehrlich gesagt, mir fällt jetzt so auf Anhieb auch nichts ein, wo man... Äh, äh, was man kriegen könnte für die Seiten. Ich meine, gut, vielleicht beim Künstler, ob der irgendwie noch was hat. Bibliothek, da wird wohl nichts sein. Aber wir haben immer noch die Sache mit diesen, äh, komischen Schlüssel. Moment, den komischen Schlüssel. Haben wir hier irgendwas? Oder ist der Glückskeks vielleicht der Schlüssel? Nee, oder? Das probieren wir noch mal kurz. Das sieht so... Um den Keks draufzulegen, um ihn zu öffnen, hä? Nein. Ja, es ist natürlich Blödsinn. Aber was will man machen? Irgendwas brauche ich doch, ähm... Den Wagenheber hier. Äh, ja, Wagenheber war es, glaube ich. Den kann man nicht mehr nehmen. Hm. Hm. Also, ich bin ganz ehrlich. Ich weiß im Moment nicht, wo wir in der nächsten Folge am besten weitermachen sollen. Harthaus, Bibliothek, Museum. Also, ich könnte noch mal versuchen, zum Museum zu gehen. Ob der vielleicht irgendwas für uns hat. Ach, jetzt bin ich hier schon wieder drin. Äh, aber im Moment bin ich ein bisschen ahnungslos, wenn ich jetzt ehrlich bin. Aber wir gucken mal. Also, wir müssen noch mal so ein paar Gegenden ablaufen. Mal gucken, was wir da noch machen können. Irgendwo muss es ja eine Möglichkeit geben, dass wir diese Seiten reparieren können. Ich weiß auch nicht, Moment, konnte man da bei dem, bei dem, äh, nee, hier kann man nicht mehr weiter, ne, bei dem Zirkus. Also, theoretisch sind wir jetzt hier schon alle Ecken abgelaufen, so wie ich das hier verstehe. Ja. Nee, dann muss ich leider sagen, dass wir in der nächsten Folge etwas ratlos rein starten werden. Weil ich jetzt nicht weiß, wie ich diese Seiten jetzt reparieren kann. Aber schauen wir mal. Vielleicht, wenn wir die Orte noch mal alle aufsuchen, vielleicht auch noch mal mit den Leuten reden oder so. Vielleicht fällt uns dann ja noch irgendetwas ein. Ich hoffe es inständig. Weil es macht mir echt Spaß. Also, wir wissen, wir werden bedroht. Das ist ja auch schon mal, wobei nicht so ernsthaft bedroht. Aber ich denke mal, dass sie dann mich beobachten. Und wenn ich alles habe, dass sie da noch mal zuschlagen werden. Und, ähm, ich gehe davon aus, dass der Typ auch irgendwie da mitgemischt hat, dass der wohl einer von denen war. Und der andere, der halt da mein Zimmer verwüstet hatte, dass der wohl auch einer von denen. Obwohl, das kann eigentlich nicht sein. Das ist viel älter, ne. Aber vielleicht sind das Nachkommen, die halt eben von dem Schatz wissen oder sowas. Man weiß es nicht. Egal. So oder so. Wir machen erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest in der nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.